will bald begrüßt euch wir sind zurück in crusader kings road to throne oder so heißt es wir sind unterwegs immer noch in schlesien hier in oberschlesien mit unserer kleinen räuber truppe ihr wisst ja noch vom letzten mal was da so passiert ist weil ihr die folge natürlich geguckt habt deswegen muss ich es nicht noch mal sagen und wir haben uns hier niedergelassen in dieser stadt gerade in nysa ich weiß gar nicht haben wir hier schon geguckt was es hier alles gibt wir können ja natürlich auch einfach noch nicht jemand angreifen das ist ja quatsch wir ziehen von stadt zu stadt das ist was wir machen wir stehen ziehen von stadt zu stadt wir können mal hier das ist unser lager wir können ich weiß nicht waren wir hier schon haben wir uns das hier schon angeguckt ich glaube ja oder ja ja großartige geschichte ich glaube was haben wir hier 39 22 und so eine etwas ältere might wir können hier leute anheuern die sich mit uns vor oder ist auch gut in verwaltung ist ein kaufmännisches genie aber brauche ich nicht habe ich schon der ist sehr gebildet ja also sehr brauche aber kostet nur geld bringen uns jetzt nicht weiter wir gehen jetzt zurück wir werden glaube ich einfach mal kurz ach ja genau pavel können wir jetzt mit nach hause nehmen pavel ist 43 das hatten wir das letzte mal schon angeguckt ja der ist nicht so gut als dass wir jetzt sagen müssen den kauf ich mir jetzt brauchen wir nicht gehen wir wir sind hier fertig und wir ziehen einfach mal in die nächste stadt keine ahnung wir gehen einfach mal nach da die nächste baronie so und let's go so wir nehmen bauen alles ab und habe ich eigentlich den vielen dank fürs ändern des titels so pass auf ruinen raunen bei der vorgeschobenen erkundung für das lager stoße ich auf eine zusammengewürfelten haufen händler sie sammeln sich um ein paar große aber alte und verfallene gebäude herum deren besser erhaltene den kaufleuten als behausung dienen die waren sind recht herkömmlich größtenteils nahrung da die viel bereiste straße zweifelsohne so manchen käufer bringt doch mein auge wird angezogen von den grauen zerklüfteten mauern der ruinen wie prächtig sie doch sind die händler halten sich nur in den äußeren bereichen auf das heruntergekommene herz der anlage bleibt unberührt nun dann versuche ich einmal meine glücke diesen ruinen ich bleibe am besten in sicherheit und kaufe vorräte ein nö wir wollen abenteuer warte mal 25 prozent ihr such eure suche verläuft sehr gut ihr entdeckt eine staubige waffe 44 prozent schmuckstück ja das riskieren wir jetzt jetzt die suche verläuft sehr gut ihr entdeckt eine staubige waffe ja das ist ja sensationell gut oder was kann die denn schwert von guter qualität kampfgeschick plus 4 wird der effektivität plus 6 ja das ist ja fantastisch groß großartig dann können wir das direkt ausrüsten weiß gar nicht ob wir das nehmen sollten oder vielleicht einer unserer lack ein wir selber haben obwohl 16 kampfgeschick ist ja echt gar nicht so schlecht können wir das auch selber ausrüsten da waffe schwert von guter qualität hält 75 jahre ausgerüstet jetzt sind wir bei kampfgeschick schon bei 20 das ist ziemlich gut das heißt wir könnten jetzt auch wirklich guten gewissens diese aufträge annehmen bei denen es so wie hier um kampfeskraft geht als 20 ist schon echt gut okay aber sind wir denn jetzt hier angekommen ja das heißt wir können einmal die stadt besuchen und guck mal was es hier so gibt das können wir hier machen üben wir ein wenig ihr bezahlt unser kampfgeschick steigt um 1 für 150 öcken das kriegste sind wir schon bei 21 haben wir auf jeden fall jetzt mal das fand ich gut dann taverne achso geht nicht den haben wir hier so haben jetzt eh kein geld leute anzuheuern aber wir brauchen verträge wir gehen jetzt mal hier hin und was braucht man darf eine fraktion unterstützen vielleicht wäre das auch interessant der vertrag erfordert dass ihr euch einer fraktion anschließt was passiert denn dann der graf hat die nase voll von der herrschaft von könig betrich von böhm er lädt daher offen alle die gegen könig betrich sind dazu einsicht der freiheitsfraktion anzuschließen nee weiß ich nicht ich glaube das machen wir nicht erst mal mmb 228 herzlichen dank für den support lost in time 60 stream in folge du bist auf einem guten weg so ich wir machen glaube ich das jetzt hier mal sollt klingen von gutem ruf sucht verschwiegene söldner für einen kurzen einsatz 90 öcken wenn es ein erfolg wird spezielle fehlschläge ja das machen wir das machen wir da der weg ist auch nicht besonders weit wir können sogar eigentlich mit unserem gesamten gefolge reisen können wir nicht sagen wir nehmen alles mit naja egal komm wir reisen jetzt so let's go also mit muskeln meine bedürfnisse sind ganz einfach erklärt konrad die rose von velun hat ein paar dornen und ich möchte dass diese unangenehme störenfriede enttarnt entfernt werden ich darf nicht dabei gesehen werden wie ich sie selbst entferne deshalb werdet ihr euch für mich um sie kümmern ich ziehe mir den daumen über die kehle nein nein stellt mein auftraggeber klar kein wirkliches blutvergießen sondern sie sollen einfach zum schweigen gebracht und nicht ermordet werden bis sie verstehen was es heißt den graf zu missachten so greift durch für graf konrad jetzt müssen wir gucken wir brauchen die erfolg chancen müssen wir erhöhen das heißt wir nehmen den perk der uns am meisten erfolg chancen gibt das hier jetzt setzen wir unsere leute rein hey warte 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 kann man das hier automatisch auffüllen komplett ausführen 18 was ist das denn jetzt hier wird sich anschließen dann geht das natürlich sehr viel schneller 16 die sollen alle mal mithelfen ich ernähre die schließlich so jetzt haben wir hier die ganzen leute rekrutiert damit die bei der aufgabe helfen und wir kommen zur volkswahrscheinlichkeit von 94 prozent wenn wir so weiterplotten das ist doch fantastisch das können wir weg machen was neues was ihr habt nicht die maximale ritteranzahl nee wir brauchen nicht so viele ritter so wir sind das dauert ewig bis wir hier fertig sind ich überlege gerade ob wir noch einen persönlichen plot in irgendeiner form wir haben wir machen ja gerade aktuell kein plot wir könnten uns ja auch in der zeit wo wir hier warten müssen mal mit jemandem gut stellen der uns nicht so mag zum beispiel der gute alte nandor wir könnten jetzt uns mal wieder den so ein bisschen hier anlachen ah nee dürfen wir gar nicht achso haben wir schon läuft da noch ein plot gegen den ah da unten ach läuft noch ja ist doch super dann soll es weiterlaufen jetzt können wir eigentlich nur warten bis das hier die gierige lol die heißt jetzt die gierige meine frau wird jetzt die gierige genannt das ist mir aber egal sie ist ja auch schließlich gierig so dieser grüne balken der muss jetzt möglichst weit nach rechts geschoben werden und das dauert teilweise richtig richtig lange wie ihr seht und sobald ich damit happy bin wie viel erforscht ich habe kann ich den plot ausführen aber das dauert jetzt erstmal richtig richtig lange eigentlich dauert sogar jahre gefühlt ach da unten steht das ja stimmt da ist der haken so guckt euch das mal an das ist leider machen wir jetzt schneller oh die mühen eines kochs ich finde wir verlangen da nicht zu viel knurrte der koch der offenbar mit mir reden muss weil er den kürzesten Strohhalm gezogen hat er zeigt abschätzig auf das umliegende Gelände hier gibt es eine menge Höfe auch wenn sie nicht sonderlich beeindruckend sind es kann doch nicht so schwer sein kurz Pause einzulegen und uns einen Vorrat jener kleinen Freuden anzulegen die unser Essen ertragbar machen ich seufze da ich der Unterhaltung bereits überdrüssig bin und frage mich wer von uns beiden wohl zuerst nachgeben wird ja unsere Vorräte sind möglicherweise etwas geringer als wir es gerne hätten doch es gibt keinen Grund für einen derartigen Aufstand ok wir werden eine Lösung finden 60%ige Chance dass ich 400 Vorräte hole dann sind meine Vorräte eh am Anschlag hier oben sieht man das wir sind eigentlich sehr gut aufgestellt es wäre ohnehin ratsam das heißt ja dafür müssen wir Geld bezahlen oder was oh das ist doch gar nicht schlecht das ist doch eigentlich ein guter Perk die Anhänger dieses Charakters lernen Vorräte sparsam zu nutzen und wahlweise ganz ohne sie auszukommen das ist doch eine eigentlich eine gute Eigenschaft hä ne wir machen aber dann das hier 75 Vorräte ist blöd aber ok äh was ist denn jetzt schon wieder los es ist schwer zu beschreiben was so angenehm innig ist am geschäftigen Treiben eines Lagers das sich auf den Abend einrichtet vielleicht sind es die Anschuldigungen von Betrug und die Androhung von Mord die das Glücksspiel so mit sich bringt ist es die Begeisterung die das Zelten unter freiem Himmel mit sich bringt oder sind es die bitteren Worte zwischen Zedjok und Christina die wie gewohnt zanken die zanken immer all dies schafft eine ruhige behagliche Decke der Vertrautheit dies ist meine Domäne und dies ist mein Volk ein kleines Königreich aber eines in dem ich jeden Anblick jedes Geräusch und jede Seele kenne äh ihr erhaltet 75 ok oh das können wir gut machen alles makellos Anziehungsmeinung plus 15 immer in Übung oh Kriegsführung plus 3 brauchen wir aber nicht oder ich glaube fast das finde ich besser 10% weniger Vorräteverbrauch gefällt mir am besten das ist natürlich auch nicht schlecht das ist ja quasi eine Wehrung ach Prestige ist auch gar nicht schlecht wir nehmen Prestige komm so da sind wir bei 31% oh ich habe von euch gehört ich folge einem Wachposten in ein schwach beleuchtetes Zelt in dem ich ein heruntergekommenes Trio Einheimischer erwartet sie wirken nervös als wäre es gefährlich wie sie hier zu sein einer von ihnen erhebt sich und vollführt eine wahrlich furchtbare Verbeugung ich grüße euch mein Name ist Predonta der Muskelprotz ist Vitosch und das ist Sulchistri Sulz Sulistri wir sind hier um uns euch anzuschließen aha das ist aber verdächtig wir arbeiten hart zumindest in unserem Fachgebiet und so wie ich das sehe könntet ihr Hilfe dabei brauchen euch einen Namen zu machen und eure Taschen zu füllen okay das wir kriegen die quasi umsonst also wir könnten riskieren ja das ist mir zu okay können wir uns die mal angucken was sind denn das für Leute die sich uns anschließen wollen was kann der denn außer Essen Verwaltung habe ich bessere gescheit Galgenvogel ja also er ist eher so ein Typ den ich eigentlich nicht brauche der ist nur mein Brot also mit ihm ja Galgenvogel stark vorsichtiger Anführer fehlgeleitet gierig hinterlistig auch noch und stur ja die können ja alles nicht die können ja nicht so richtig gut ja ein schuppiger Klumpfuß auch noch ja sollen wir die also was sagt ihr da was ist denn eure Meinung brauchen wir die Rodolfo vielen lieben Dank was ist die was ist die Meinung des Chats wollen wir sie mitnehmen ich finde sie nicht so krass ich weiß nicht genau was sie uns bringen sie haben keine herausragenden Eigenschaften Schock sagt weg die essen nur unnötig Sachen oder noch andere Meinungen Chossi sagt weg okay ich entscheide ohne euch komm ihr drückt euch um die wahrlich wichtigen Entscheidungen dann weg mit euch tschüss brauche nicht jeden hat mir auch ein bisschen Prestige gegeben so ein Schatten bei Hofe es ist wirklich ein Segen jemanden wie Taskoni an unserem Vorhaben zu beteiligen jemanden der unsere Ziele auf unterschiedlichste Arten vorantreiben kann und nur auf Anweisung wartet eine bedeidenswerte Verbindung von Können Zugriff und Nähe zu Graf Konrad bietet uns eine Vielzahl von Möglichkeiten ihn zu nutzen wir sind schon bei 47% äh Meatmuskeln erhält Agenten mit Herz oh Komplottzuwachs Meatmuskeln erhält Agenten mit Hirn Komplott okay warte mal es ist doch genau das gleiche es ist doch genau das gleiche Grunderfolgschance plus ah warte mal Grunderfolgschance plus 10% oder Komplottzuwachs 1% ja ich finde das besser Grunderfolgschance finde ich besser das finde ich wichtiger schwanger jawohl endlich Nachwuchs das Schicksal meint es gut mit mir meine Gemahlin Meisterin Malgott Charter trägt mein Kind unter dem Herzen yay hat es sich doch gelohnt eine Freude bei der gemeinsamen Arbeit es ist wirklich ein Glück dass meine Gemahlin Meisterin Malgott Charter bei der Planung dieses Unterfangens an meiner Seite ist man kann sich keine aufmerksamere Unterstützung wünschen keinen mehr aufwand scheuen stets ganz darauf ausgerechnet was am besten für das Vorhaben ist jüngst sorgt ihre Arbeit für eine Abkürzung die uns beträchtliche Zeit einsparen sollte ausgezeichnete Neuigkeiten so wir sind bereits bei 65% lassen sie mich kurz gucken äh das ist auch irgendwann beendet die Zeit sie rast natürlich nur so dahin was können wir in der Zwischenzeit noch machen eigentlich gar nichts wir müssen einfach warten das dauert richtig lang dieses Komplott 82% komm eins nehmen wir noch mit arbeiten bis zum Umfallen was ist jetzt schwer los es ist klar dass meine Freundin Christina wirklich alles bei meinem Vorhaben gibt für unsere Ziele nimmt sie schlaflose Nächte und lange Tage in Kauf vielleicht vielleicht ist es grausam von mir jemanden der mir am Herzen liegt so auszunutzen ich kann mit Sicherheit sagen dass ich nicht so behandelt werden wollte doch sie hatte Wirkung und es ist für eine gute Sache äh Mietmuskeln ist sie Mietmuskel in dem Fall erhält unbarmherziger Druck bis 10 Anspannung oh nein ja ich glaube das ist besser Komplottphasenlänge 10 Tage schneller pro Komplottphase Grunderfolgschance ja das ist doch viel besser die erste ne wir nehmen das hier so Stop Hammer Time wir können Komplott ausführen und wir haben sogar 13 wir können das sogar machen selbstbewusst 95% Erfolg Chance come on Erfolg guck mal hier mit dem Morgenstern das hat eine jahrelange Planung wunderbare Arbeit will bald der Garten von Velun ist wunderschön und angenehm ruhig und ich kann nachts etwas ruhiger schlafen er wirft mir einen Beutel mit Silber zu übernachtet gern bei uns wenn ihr das nächste Mal in die Gegend kommt ich bin sicher wir können für einen so unternehmungslustigen Menschen wie euch eine passende Unterkunft finden ganz zu schweigen von einer passenden Beschäftigung ja das ist doch geil so wir kriegen 250 Vorräte äh Graf Konrad ist in der Gönnerliste und wir kriegen auch ein bisschen Geld okay das ist gut die können weg so was haben wir hier neuen Vorzug so was machen wir Entführer oh wir können entführen wir Leute entführen vergleich dich gut da Geheimnisse zu offenbaren gewährt Prestige beruhend auf dem Rang des Ziels Komplotte die eine Schonfrist verwenden beginnen mit vier zusätzlichen Monaten was ist denn eine Schonfrist die meisten Komplotte besitzen eine Schonfrist von etwa sechs Monaten ehe sie monatlich entdeckt werden können äh äh ah okay das ist kompliziert oh wir können Leute hinrichten entführen was ist denn das hier doppelt geschmiedetes Komplott maximale Feindsiegel Komplotte plus eins gegnerische anfangserforschung ich glaube wir machen das Entführungsding ähm okay jetzt ist Pause wir wollen haben wir uns hier eigentlich schon umgesehen in dem Dorf also wie gerade wir sind hier gar nicht zu Hause wir müssen ja erstmal nach Hause gehen gehen wir jetzt automatisch wieder nach Hause ja das war doch sehr einträglich jetzt können wir mal schauen ob wir hier waren wir schon aber wir sind ja vor langer Zeit hier gewesen was hat sie denn hier mögliche Ergebnisse oh Ränkespiel steigt um eins oh das ist alles gut warte exotisches Ränkespiel okay sechs äh Eigenschaftserfahrung in Scharfsinn wir probieren das mal 100 Ränkespiel Lebenserfahrung gehalten ist doch okay anheuern müssen wir hier glaube ich niemanden es sein wir haben hier ein absolutes voll Genie oh sie ist nicht schlecht in Bildung aber eine weise Frau und verschwenderisch er ist alt oh oh er ist ein sehr guter Ränkespieler das könnte uns helfen bei aber er ist einfach 80 Jahre alt naja das ist leider keine Investition in die Zukunft aber er ist auch ein Genie Verführer alter geil das ist ja ein geiler Typ der hat ein richtig gutes Leben glaube ich gehabt aber leider ist er einfach zu alt ich kann kein Geld für ihn bezahlen und der will auch noch richtig viel Geld haben ne die brauchen wir alle nicht in unserem Club ich brauche mehr oh da ist unser Kind sie tanzen mit unserem Kind was kostet das denn wir gehen mal zum Training ah ah was ist denn hier ich frage mich worüber sie sich den streitenden Männern nähern da streiten sich welche vielleicht können wir da was erleben dem geschreit nehme ich den Namen Knivomir und als die Männer die hier ihre Anschuldigung vorgetragen haben sich wieder entfernt folgt Knivomir eine Gasse hinunter er beginnt sofort Tierkadaver von einem schäbigen Karren abzuladen und murmelt etwas vor sich hin ein Adliger verliert das Leben unter meiner Aufsicht und schon woher hätte ich denn wissen sollen dass sein Getränk vergiftet war er hermert verdrossen die Faust gegen den Karren der entehrte Leibwächter schenkt mir einen vernichten Blick als ich mich nähere was wollt ihr ich könnte nicht einmal eine verflickste Toppflanze am Leben erhalten äh wie alt ist er denn 49 wir gucken uns Knivomir mal an Knivomir oh 18 Kampfgeschick ist gut der könnte unser Leibwächter sein ein Rittersmann ja das ist ein guter Typ ein bisschen Paranoid ist aber auch ja das ist der ist gut wollt ihr für mich arbeiten kostet 15 Mark äh was ihr werdet Nandor oder Knivomir als euren Leibwächter ersetzen ne ihr werdet Nandor durch Knivomir das wird euch folgendes kosten 200 Prestige und Nandor ist richtig pisst oder äh seht ihr diese Muskeln im Grunde werde ich euch schützen Knivomir schließt sich im Lager von euch an ihr werdet Nandor durch Knivomir als euren Leibwächter ersetzen das kostet mich 200 Ocken muss ich halt kein Geld zahlen schließt euch mehr an ja Mist ähm also das kostet mich so oder so 200 Prestige aber ja das ist natürlich die Frage ob ich ist es denn das wert Nandor hat na der hat 15 das ist natürlich nicht so gut der andere ist besser aber der ist jung und hässlich ne also ich kann noch nicht das kann ich noch nicht machen oder ich meine der mag mich eh schon nicht plus 2 ist das die meine Beziehung zu ihm ja der mag mich gar nicht vielleicht sollte ich das machen aber ich kann doch jetzt nicht 200 Prestige ausgeben nur um aber es ist schon ein Upgrade auf jeden Fall das ist schon ein kleines Upgrade aber er ist auch schon deutlich älter tja ne das ist es mir nicht wert das ist es mir nicht wert 200 Prestige so krass ist der auch nicht es tut mir leid ich hätte sie genommen wenn ich nicht schon jemanden hätte du bist eigentlich ein guter Typ so was können wir denn hier üben für 150 Mark kann ich mein Kampfgeschick steigern hab ich nicht genug Geld ähm der könnte Waffenmeister werden oh guck mal Kampfgeschick 19 der ist sogar noch besser 50 aber leider schon aber pass auf der wird Waffenmeister genau ich hab noch keinen Waffenmeister sehe ich das richtig offensichtlich hab ich noch keinen ja das könnte man ja machen was 62 Mark will der haben so ein ganz guter Typ 19 kann mit 19 Kampfgeschick so hat man machen oder ich finde das ist eine absolute Überlegung wert für lächerliche 62 Mark nehm ich 62 Mark und du wirst ein Waffenmeister tschüss und gehen wir zurück das könnte ich jetzt nochmal machen leider ich brauch mal hier Verträge wo sehe ich denn mehr Verträge zurück ins Lager so jetzt haben wir jetzt müssen wir mal eben kurz gucken wie sich das jetzt hier darstellt mit Gwinomir äh Waffenmeister da äh ja genau da ist er der Stoigniv Kriegsvolk Schaden Kriegsvolk Zähigkeit der ist ganz gut geeignet wie gut war er nochmal 18 Kämpfen ja ist auch okay jetzt haben wir die ganzen wichtigen Positionen besetzt aber Leibarzt haben wir noch niemanden der halbwegs geeignet dafür ist ich weiß gar nicht was man dafür braucht wahrscheinlich Bildung ne und ein Handlanger oh guck mal hier die könnte sogar aber die hat ja schon anderen Posten na gut da haben wir jedenfalls schon was wie sieht es denn aus ähm ne falsch ich wollte nochmal ins Lager gehen was wollen wir denn jetzt hier noch bauen Truppenübungsplatz müssen wir irgendwas errichten noch gesperrter Platz wir könnten was kostet uns das auch das ist bereits gebaut das können wir machen kostet 350 ja ne können wir uns nicht leisten wir müssen weiterschauen wo sind denn jetzt hier Verträge es sind ja keine Verträge mehr zu finden für uns vereinsame herumirrende Verbrecher ist einfach zu wenig geboten hier wie sieht das aus mit ihm hier 58% ja wir reisen jetzt weiter ich kann meine Gönner um Verträge bitten ja das ist eigentlich eine ganz gute Idee äh pass auf wo sehe ich denn also lass uns doch mal schauen unsere militärische Stärke ist 3 wo kann ich irgendwo sehen Beziehungen das sind die Leute meine okay alles klar das sind die alle ich muss ja irgendwo sehen welchen Leuten ich schon gefallen gegeben habe das muss man doch irgendwo sehen wo sehen wir das wo sehe ich mit wem ich noch nicht ich könnte die Stadt vielleicht einfach an so wenn ich jetzt da ist eras ich weiß gar nicht mehr wem ich ne wem ich hier gefallen der eine war hier hinten Bielsko Anspruch oh oh guck mal wir können hier einen Anspruch erbitten um etwas bitten da die Gunst eines abgeschlossenen Vertrages bei Konrad siehst du das geht aha schaut mal hier wir brauchen nix wir brauchen auch kein Gold aber Verträge wird annehmen 79% bei allem 79% auch bei ich guck mal ich hätte ihm auch eine Heirat das kostet mich 100 Prestige das finde ich verdammt teuer für einen Vertrag 100 Prestige Kriegsvolk dann kannst du kämpfen Kriegsvolk sind berufsmäßige Truppen die aufgeboten deutlich überlegen sind der Spieler hat direkte Kontrolle über die Zusammensetzung und größer sind der Kriegsvolk Rebente ja da könnte ich natürlich jetzt jemanden angreifen direkt aber ich müsste mir halt irgendeine Ortschaft aussuchen die nicht mich dann vernichtet weil die haben ja alle Protektoren ich weiß wie muss ich dann vielleicht in so ein kleines Mini hier sowas nach Tarno oder so ich muss ja irgendwo hin wo die Leute nicht sofort zurückschlagen wenn ich irgendwas mache hier wenn wir zum Beispiel da jetzt hingehen wer wohnt denn da Fürst Bischof Janislav der hat 421 Leute das ist ja aber der hat vermutlich auch Leute die ihn beschützen oder da das ist der Lehnsherr einfach mal der komplette König so und solange ich naja wir können ja mal fragen just for fun das können wir auch machen eine Fraktion unterstützen pass auf wir machen das jetzt einfach mal wir haben ja schließlich was für ihn gemacht so wo war das also hier hatten wir einen genau der war das ich probiere das einfach mal aus um etwas bitten so Kriegsvoltregiment muss ich das dann bezahlen monatlich oder so er wird annehmen Größe 1 gepanzertes Fußvolk keine Kosten im Monat minus 7 das ist ja nicht so viel ja gut danke Dankeschön was ist denn mit den anderen Leuten die mir gefallen schuldig sind ich war doch in diversen Orten hier der schuld mir doch auch einen gefallen oder nicht nö wo war ich denn noch ich hatte doch so viele Dinge getan wir haben sind doch gestartet in wenn ich jetzt noch wüsste wo wir überall waren jetzt kann ich von dem auch nochmal verliert meinung warum aber er nimmt an warum okay das heißt wir müssen näher an ihn ran also wenn wir okay dann können wir nach hier unten gehen und dann können wir ihm das noch abschwatzen wo waren wir denn noch Janislaw ich erinnere mich an einen so typen mit dem wir gearbeitet hatten für den haben wir mehrere sachen gemacht der hieß wie hieß der synk hieß der synk warte wir können auch suchen nach leuten oder warte charakter finden so wie hieß der synk sortieren nach rank das ist der name das ist hier der name nach dem ich suche weißt das zufällig noch einer wie der hieß hey warte ich will doch nur den namen synk nicht das haus die person vornamen die zu synk passen ich weiß nicht mehr wie der hieß irgendwie hieß der jedenfalls das ist nicht so schlimm wir können jetzt folgendes machen wir haben jetzt ja denen da schon mal dazu bekommen dass er uns einheiten gibt sind die jetzt bei uns habe ich die jetzt schon woran sehe ich das stärke 104 ritter 4 gepanzertes fußvolk 100 von 100 ja ok so jetzt ziehen wir einfach gen wir ziehen mit dem lager runter zum wo war der jetzt der knilch weiter im süden da nach nach neusand das ziehen wir jetzt holen uns da noch ein gefallen ab und dann könnten wir nicht ganz gut ne will will ist noch nicht gestorben um gottes will ne 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 also ich will jetzt hier mein sack säckelchen packen äh warte man ich will nicht dass das immer lager verlegen so wir gehen nach müsste eigentlich reichen wenn wir hier hingehen was passiert uns auf dem weg wir werden sehen irgendwas wird schon nando ist nicht beeinflusst warum so ziehen wir los oder was warum ziehen wir nicht los hallo ich hab doch gesagt lager verlegen hallo lager verlegen und jetzt hatte ich doch gesagt da so aber alle sollen ich will das komplette lager verlegen da danke jetzt geht's los die haben jetzt eine Truppe von 100 rittern von einem einzelnen Wege lag on the road on the road ist das kind geboren und es ist ein junge es ist ein junge ein thronfolger und er ist schlau aber er ist kein genie er ist ein bisschen schlau an 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 zu Komm, der heißt einfach Ansuil. So hast du dir verdient. Ne, ich wollte nicht hadere, nicht. Ich hab nur überlegt, ob ich noch einen zweiten haben oder irgendwas anderes, aber wir bleiben einfach dabei. Mögest du stark und weise werden, Ansuil. Aber du weißt, ich bin Sadist. Ich kann theoretisch auch meine Kinder töten. So, stopp, 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 stopp. Jetzt erstmal ganz kurz. Also Ansuil, der muss ja erstmal unterrichtet werden. Ich könnte ihn selber unterrichten. Ja, wieso eigentlich nicht? Oder halt seine Mutter. Wer kann am besten unterrichten? Ich oder seine Mutter? Ich hab 21 Ränke-Spiel. Bildung ist schon das Beste, der beste Wert, ne? Ja, ich muss das selber machen. Ansuil, ich mach das selber. Ich mach das selber. Ich kümmere mich drum. Du wirst alles von mir lernen, was ich weiß. So, du bist jetzt mein Mündel, Ansuil. So, und in der Ränke-Spielübersicht. Da, warte mal. Da, Druckmittel und Geheimnisse. Georgi, genau, Georgi. Da ist Sync, heißt der doch. So, das sind ja meine, aber der und der, die beiden. Warte. Oh, der eine ist da ganz unten. Und der ist auch da. Okay. Da müssen wir uns die Gefallen einmal abholen und dann gehen wir weiter Richtung Süden. Sehr gut, dass wir das jetzt wissen. Jetzt geht erstmal die Reise weiter. Warte, wir sind ja schon da. Mein Graf, mein Freund. Ich bitte dich um ein Kriegsvolkregiment. So. Dankeschön. Ich nehme an. So, jetzt besitzen wir bereits 204 Leute. Boah, von einem einsamen Wegelagerer hin zu einem richtig respektablem Söldner Heeranführer. So, jetzt hatten wir noch. Wo wollte ich hin? Ränke, Spiel, Druckmittel und Geheimnisse. Die beiden wollten wir noch. Okay, dann gehen wir erstmal zu Graf Sync. Der ist, das wäre glaube ich die nächste, nee, das ist nicht Graf Sync. Hier. Das wäre die erste Ortschaft im Süden. Da gehen wir jetzt hin. Das heißt, hier Was ist der schnellste Knopf hier für Lager? Mal so, mal ein Lager verlegen. Und was hatte ich gesagt? Das hier, ne? Let's go. Und weiter Umweg. Och, was hier reichlich Gemeinsames. Das Leben auf engem Raum versteckt Beziehungen oft, sowohl im Guten wie im Schlechten. Stolginev und Wie bitte? Das ist meine Frau. Malgott Zarte haben Glück, dass ihr gemeinsames Interesse daran, um jeden Preis stoisch auf dem eigenen Standpunkt zu verharren, sich als Fundament für eine starke Beziehung erwiesen hat. Man sieht die beiden stets häufig gemeinsam mit dem Lager lachen und scherzen und auf der Straße nebeneinander reiten. Okay. Alles klar. Also, so, pass auf. Stolginev. Dir ist völlig klar, wenn du ermutigt die Freundschaft. Kyle. Eine zerstörte Freundschaft. Also, es kann natürlich sein, wenn ich die jetzt machen lasse, dass sich da eine Affäre draus entwickelt und dann muss ich die alle hinrichten, ne? Aber ich vertraue ihr jetzt erstmal. Sollen sie doch. Und wenn da was passiert, töte ich die alle. So, hier sehen wir unsere Truppen auf F3. Vielen Dank für den Tipp. Ansuil. Wir haben hier vier von zehn Rittern und wir haben 200 gepanzertes Fußvolk. Das ist ja fantastisch. Wir sind schon richtig, eine richtige Macht. Was ist jetzt? Augen in der Nacht. Aber morgen wird euch berichtet, dass die menschenfressende Bestie erneut zugeschlagen hat. Ein weiterer Anhänger wurde abgeschlachtet. Der Großteil seiner Leiche wurde von der großen Bestie in der Nähe seines Zeltes zurückgelassen. Die Wachposten konnten das verdammte Ding nicht wirklich erkennen. Was auch immer es ist, es hat Geschmack an uns gefunden und es ist offenbar schlau genug, dass es uns tagsüber oder am frühen Abend folgt. Ich wende meinen Blick den felsigen Spitzen und Vorsprüngen zu, die im fahlen Licht der Dämmerung über uns aufragen. Unzählige Verstecke für ein Schrecken. Der Höhlen bevorzugt. Es beobachtet uns. Es wartet nach und nach, wächst ein Hunger auf seine Abendmahlzeit. Okay, alles klar. Das müssen wir verhindern. Schlimmstenfalls wird die Bestie ein paar eurer Namens tragenden Anhänger fressen. Kriegsführung, Herausforderung. Mögliche einabgefangen und ausgeschlachtet. Nee. Meine Frau und Nandor könnten sterben. 46%ige Wahrscheinlichkeit. Nee, das kann ich nicht machen. Ihr verfolgt die Bestie persönlich und riskiert einen möglichen Tod im Austausch für Prestige. Je nachdem, worum es sich bei der Bestie handelt und wie groß sie tatsächlich ist, könnte dies ein Kinderspiel oder außerordentlich schwierig werden. Ihr könnt kein Rückzähl mehr machen, sobald ihr aufgebrochen seid. Scheiße. Fuck. Nein! Wenn ich gar nichts mache, gibt es eine 50%ige Chance, dass Anzuil und Stoyginev sterben. Wenn ich mehr Wachen einsetze, gibt es eine 46%ige Chance, dass meine Frau stirbt. Also, Anzuil... Wisst ihr was? Ich habe 21 Kampfgeschick und das Wert wird eine... Das muss ja eine Kampfgeschick. Ey, ich habe 21, so viel hat sonst niemand. Ich habe 21. Ich wache das selber. Ich hole mir den Kopf der Bestie. Scheiße. Wir können es uns nicht leisten, eine weitere Nacht zu versuchen, vor der Bestie zu fliehen. Ich versammle meine Jagdgruppe, entschlossen, der Sache ein Ende zu setzen und zwar noch an diesem Morgen. Wo ist mein Schwert? Die Bestie... Die Spuren der Bestie sind schwach und man kann ihnen kaum folgen, doch sie stammen unbestreitbar von einem hunderartigen Wesen. Nach fast einer Stunde erreichen wir den Rand einer steilen Felswand, wo die Fußspuren offenbar einfach verschwinden. Ein wildes Knurren hinter uns lässt mich herumwirbeln und da steht ein großer Wolf, dessen Augen in wildem Hunger brennen. Die Zähne gefletscht und mit dicken Speichelpferden vorm Maul. Nachdem wir der Kreatur in die Falle gegangen sind, spurtet sie nun auf uns zu. Scheiße. Also flankiert die Bestie, umzingelt sie. 39% dass wir sie besiegen. 60% dass die Bestie entkommt. Und davon wiederum, wenn das passiert, 80% dass ich verwundet werde und 20% dass ich sterbe. Oder nimm das Bestie. Das ist eine Kampfgeschick-Herausforderung. Wir sind sehr gut mit Kampfgeschick. Die Bestie fällt gegen eure Überzahl. Ba 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 ba. Ja, das machen wir jetzt. Nimm das Bestie! Na! Wir sind... Das gibt's doch gar nicht! Nein! Das ist nicht möglich. Also das ist regelrecht lächerlich. Wie hoch war die Chance? 5%? Also das... 25% war erstmal die Chance. 75 zu 25% war die Chance. Wo bleiben? Ja doch, passt. Dass wir es nicht schaffen. Und dann wiederum war die Chance 20%. Das ist ja komplett lächerlich. Das ist ja komplett lah. Das ist ja komplett. Das ist ja ein ganzes Problem. Das ist ja ganzes Problem. Das ist ja immer mehr. ... den Schein... ... das ist ja nicht so... ich glaube wir müssen neu laden oder also ich kann jetzt nicht mit anzuhil der ist halt einfach null was passiert denn wenn ich jetzt mit anzuhil weiter spiele was passiert denn jetzt brudelnde wut ja ihr seid chef anzuhil doch ihr seid außerdem ein aufgeblasenes schwein das seines gleichen das kind ist nicht mal ein jahr alt das kind ist ein baby was noch in die mehrwegwindeln scheißt das ist ja unfassbar was das für eine miese zicke ist die nennt anzuhil den nulljährigen ein mieses schwein das seines gleichen sucht das ist ja unfassbar dass meine anhängerin christina so grundlos in wut ausbricht kann ich kam aus heiterem himmel zugegeben sie ja derzeit wirklich alle hände voll zu tun aber ein solches fallen unglaublich ja okay ganz kurz jetzt müssen wir überlegen ich kann ja im prinzip überhaupt nichts machen ich mach mal einen kleinen vote laden wir neu for the sake of the game fünf prozentige chance also albern so laden wir mal gucken was ihr sagt laden ja nein laden bedeutet in dem fall natürlich den spielstand den ich direkt extra gespeichert oder direkt vor dem event gespeichert hatte schreiten sie zur urne könnte man jetzt als 0 ja ich weiß nicht genau also das ist natürlich stimmen sie ab leute ne wie wisst die letzten sekunden ihr müsst alle noch mal alle noch mal abstimmen jetzt okay 58 57 prozent sagen nicht neu laden also eure schuld 56 prozent ist es am ende noch mal knapp geworden aber ihr wollt nicht neu laden und laden bin ich neu selber schuld wir laden nicht neu so wir machen da weiter jetzt muss ansuel zusehen wie das leben jetzt ansuels time to shine oh gott was machen wir jetzt habe ich überhaupt noch kann ich jetzt noch gefallen einsammeln ne scheiße habe ich denn noch ja die truppen gehören mir noch er hat einfach nicht mehr er wird ja nicht mal mehr trainiert von irgendwem ist unterrichten wird das ausschließlich durch bildung gemacht ist bildung der einzige faktor fürs unterrichten also in dem fall wäre set shock derjenige oder ist jetzt zum beispiel renke spiel in dem fall wenn ich sage er soll bei renke spiel trainiert werden alles ist wichtig okay weil dann würde ich ja lieber den punkt den ich du brauchst keine schule mehr das leben war gerade schule genug alles ist wichtig kommt auch an was sein schadern haben soll ok dann soll christina das machen christina hast ihn christina hast ihn einfach sie hat ihn einfach komplett durch beleidigt tja ihr wolltet das so ne ich sag's das war eure entscheidung lasst uns jetzt nicht so tun als wenn das nicht eure entscheidung gewesen wäre wir werden jetzt einfach ich will aber das ganze lager wieso kann ich das ganze lager mitgenommen werden was haben wir hier pfadfinder ausrüstung erwerben was ah die gefahren werden geringer sein ein kultur botschafter ach hatten wir nicht schon mal irgendwas was die chance erhöht dass man verträge gewinnt oder sowas ja nee das ist jetzt einfach so ich will aber mit dem ganzen da muss ich es manuell machen kann ich das hier irgendwo einstellen dann muss ich es so machen glaube ich 0 jahre alt ich werde nie vergessen wie sie ansiedel beschimpft hat das ist schon ein bisschen lustig auch ehrlich gesagt so ähm ok 29% geheimhaltung oh man was ist der dritte faktor denn nach die zeit ja nee da müssen wir schon das hier nehmen und dann automatisch auffüllen und dann let's go wir können jetzt da eh so ein bisschen die oh jetzt habe ich mich verklickt entschuldigen sie bitte wo bin ich hingekommen da das hier weg bitte so kommt plotty wir sind bei lächerlichen 4% ok jetzt müssen wir wieder ein bisschen die tage er musste ansiedeln muss er eh erstmal jetzt älter werden jeder tag der verstreicht schmerz und pein uff ich höre mich nun öfter solche geräusche machen wenn ich mich abends ans lagerfeuer setze die alten erzählen immer zu davon wie sich das eben einstellt wenn man an jahren hinzugewinnt doch ich bin erst null nein das ist die art nutzen durch ein raues leben ich sehe auch welchen tribut des anderen abverlangt setzschock echt ein bisschen als er sich neben mich plumpsen lässt ach ansiedel das gasthaus an dem wir vorbeikamen hatte viele freie betten erholt und erfröscht wir haben keine fünf was 175 mark fünf jahre lang angeknackster hals das gibt's doch gar nicht was ist los ansiel kampfgeschick minus zwei aber nur die nächsten fünf jahre lang ist doch scheißegal fünf jahre lang erholt und erfrischt kampfgeschick plus eins ist ja völlig lächerlich ne ex naja komm ist ein 15 mark ich will ihn jetzt auch nicht quälen das arme kind leere kisten traurig starrig auf meine mahlzeit ein kaum reif zu nennende apfel ist noch ihr ansprechender bestandteil ich hab genug essen es herrscht kein mangel an nahrung im lager aber sehr wohl einer an abwechslung wir haben genug dahin welkendes gemüse aber ich könnte wirklich ein schönes stück fleisch vertragen setzschock springt auf die füße den bogen in der hand und greift nach einem köcher ich habe das satt dies mögen die lande von graf butchowatscher sein doch ich bin sicher er kann ein kleines fettes stück aus ihnen erübrigen ohne erlaubnis ist es wilderei 13% erwilligt ein 56% er besteht auf eine bezahlung oder er lehnt ab geht schnell und leise 40% er jagt unentdeckt naja er wird doch eh entdeckt das können wir nicht riskieren sammelstatt ist ein bären 66% 5lei versorgungsanliegen ach hör auf ne komm wir müssen auch mal ein bisschen glück haben das gibt's nicht schon wieder nicht anzuil du bist verflucht seit du da bist geht alles schief mittel zum zweck ich sitze bei einem der gebäude meines lagers am rand des truppenübungsplatzes und lasse die geräusche und die gerüche über mich hinweg spülen es ist anders als ein leben innerhalb der sicheren mauern eines palastes ganz anders die freiheit lässt sich leicht genießen keine verpflichtung keine kläffenden ratsmitglieder keine zu unterhaltenen würdenträger keiner der nachteile des gepranges der macht und doch ist diese freiheit teuer erkauft der ständige überlebenskampf schlaucht ein ich sehne mich jede nacht mehr nach einem ordentlichen bett alter du bist null man ihr erhaltet 35 lange lust auf land okay 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 mir gefällt das leben recht gut reisender 65 wahrscheinlichkeit für ihr erhaltet die eigenschaft flexibler anführer und wir kriegen 400 vorräte ja das brauchen wir nicht unbedingt wir haben lust auf land 35 jahre ja wir müssen ja irgendwann mal erobern aber er ist noch jung diplomatie plus 1 ja du du kriegst wanderlust ruinen raunen der sitzt auf dem fucking mini pferd der ist null ne das ist halt ein ultra mini pferd es gibt ja so kleine bonsai pferde und das ist halt bonsai pferde fohlen ruinen raunen bei der vorgeschobenen erkundung für das lager stoß sich auf einen zusammengewürfelten haufen händler wieso muss man sich das bild nicht vorstellen der krabbelt irgendwo in oder was sie stammeln sammeln sich um ein paar große aber alte und verfallene gebäude herum deren besser erhaltene den kaufleuten als behausung dienen die waren recht herkömmlich größtenteils nahrung da die vielbereiste straße zweifelt ohne so manche käufer bringt auch mein auge wird angezogen von den grauen zerklüfteten mauern der ruinen wie prächtig sie doch sind die entladen halten sich nur in der äußeren bereichen auf das herunterkommene herz der anlage bleibt unberührt okay ja 25 prozent wir finden eine waffe 44 prozent schmuckstück oder nix nö wir machen das yes wir haben eine waffe aber sag mal ganz kurz eine gestalt stolpert ins lager schmutzig und müde und sie braucht offenkundig etwas ordentliches zu essen sie stellt sich als machi vor er deutet in die ferne so hatten wir doch schon mal es gibt noch mehr von euch jedes zulässige kriegsvolk regiment erhält bis zu 25 truppen er schließt sich dem lager an und er wird ein ritter er wird ein ritter aber warte mal das ist doch ganz geil wir haben doch jetzt zwei regimente was kann der denn nicht besonders viel aber das ist doch geil warte mal das heißt ich habe 50 truppen mehr sehe ich das richtig weil jetzt besitze ich 204 truppen und das sind ah nee warte eins okay dann krieg nur 25 wahrscheinlich aber immerhin ja nehm ich nehm ich so jetzt müssten das hier aber mehr sein warum nicht ein gläubiger besucher wieso bin ich so schnell das lagerfeuer knistert und erhält eine gestalt die unseren kreis betritt trotz der späten stunde bewegt sie noch kraftvoll die finger um einen gehstock gewunden die wachhabenden wollen schon einschreiten doch ich halte sie mit einem wink davon ab das ist so lustig der ist einfach null jahre habt ihr einen platzweiten mann der höchsten macht dient also wir könnten den gebrauchen er willigt ein wir bekommen freund der frommen oder erzählt eine geschichte was ist er denn als warte mal die haben wir doch schon mal haben haben wir nicht genau den schon mal getroffen 20 bildung freund der frommen ja probieren wir doch mal er bleibt ne weile freund der frommen ok hast du gut gemacht so warte mal jetzt ganz kurz was ist denn jetzt mit meinem vertrag habe ich da überhaupt jetzt gerade irgendwas was ist denn mit meinem vertrag der ist gar nicht mehr gültig brandanschlag wir haben gar nicht genug geld für irgendwas auch alle meine gefallen die ich noch hatte sind jetzt weg das ist einfach total gemein so wir gehen jetzt dahin nein da und dann nehmen wir den vertrag an so reisen sie der kerl ist gestorben den ich entführen wollte das ist natürlich ärgerlich so wir nehmen das jetzt hier an auch der schon wieder siehste der hat ja mit meinem vater schon sachen ausgehandelt der brief von fürstbischof janislav war erhellend er schien vor wut über irgendeine kleine kränkung durch ustjech ob nun eingebildet oder echt zu kochen und war nur allzu erpicht darauf diesen menschen in die kranken zu weisen zu viel blut sollte dabei jedoch nicht vergossen werden der plan der den fürstbischöfen ein grundstück in brand setzen alles klar wir reisen ungeteilt ich bin ja komplett hier wir reisen ungeteilt so brand heißt es geht ich kann ja gar nicht gewinnen weil ich habe ja überhaupt nichts ich brauche einen offizier oh mist also was kann passieren 25 prozent wir schaffen das oder oh guck mal hier kampfgeschick herausforderungen 57 prozent dass es klappt ja ich brauche einen zwinger meister offensichtlich ne wir müssen es probieren haha es hat geklappt der kleine zwerg scheiß den ustjech hier an ich stelle mir das doch grad vor da kommen so eine leibgarde mit so richtig prächtigen gepanzerten rittern und die stapfen so auf diesen typen zu und dann machen die einen schritt zur seite und in ihrer mitte steht 20 cm groß ansuil sehr gut ein guter plan bringt einen raschen sieg und das verwüstete weingut ist der beste beweis ja danke so erfolgreich gewesen jetzt haben wir schon unseren ersten job erledigt und haben doch jetzt eigentlich direkt und wir sind geigenvogel kriegsführung äh es soll gar nicht stehen ähm so wir brauchen ja Lebenswandel aber wird das jetzt schon kann ich das überhaupt jetzt schon machen? oder erst wenn er älter wird guck mal der hat jetzt schon Kampfgeschick 12 das ist ja völlig lächerlich der ist der ist 0 ok er ist jetzt 2 Jahre alt und hat Kampfgeschick schon 12 so pass auf der trägt automatisch die Sachen seines Vaters auf das ist natürlich auch mit wahrscheinlich der Grund für sein Können aber wir haben noch ein zweites Schwert oh das ist naja ok wir tragen schon das beste Schwert ok ok sein Kampfgeschick kommt ausschließlich aus seinem Equipment ich hätte mich schon gewundert was für ein prächtiger zweijähriger das ist wir können ja eigentlich gar nicht gewinnen diese ganzen Aufträge das ist tatsächlich das hier ist noch das einzige wo wir eine realistische Chance haben diese Schwertverträge weil die anderen sagen wie soll ich denn die bitte überhaupt gar nicht das Rüstzeug dafür ich müsste jemanden das für mich machen lassen aber der kann ja nix das einzige durch diese Items ist das Kampfgeschick mhm jetzt muss er erstmal sechs werden in der Zeit ich kann doch nicht ständig diese Gefährdung das ist doch eine Frage der Zeit bis ich ich könnte heiraten ja aber wer will mich schon oh warte mal ich habe doch jetzt gerade einen Gefallen ich könnte aber das Problem ist die Frau die ich heirate muss so jung sein ich könnte dem Typen jetzt der schuldet mir einen Gefallen ich könnte den darum bitten dass der mir eine Heirat arrangiert nein was niemand am Hof kann heiraten blöd er hat niemanden könnte ich ihm zumindest ein Kriegsregiment abschwatzen sehr schade naja dann müssen wir das machen schwatze ich ihm schon wieder was ab schade niemand kann heiraten das heißt wir sind jetzt schon bei 305 Leuten wir können uns doch jetzt irgendwer anschließen was ist denn mit diesem Tobt da dieser eine Konflikt noch den wir da gesehen haben nö also ich glaube wirklich die einzigen Verträge bei denen wir wirklich halbwegs eine Chance haben das müssten diese Kampf Raubüberfälle sein sonst fehlt mir einfach die Fähigkeiten so ja wem diene ich mich an hier zum Beispiel ist tobt ein Krieg was ich habe Elite Truppen bekommen woran hast du das denn gerade gesehen oh hier ein Conny oh leichte Reiterei ja geil ist doch gut oder das ist was gutes ne so wie wie diene ich mich denn jetzt jemandem an da war grad ja es muss auch ein Vertrag sein oder ich kann jetzt ja nicht einfach sagen ich bin jetzt mach jetzt irgendwas ich glaube ich musste auch einen Vertrag finden ja was ist das Augen in den Schatten Geheimnisse aufspüren das kann ich jetzt ja nicht mehr ich habe zu wenig Fähigkeiten wenn einer von euch weiß wie ich mich als Söldner verdingen kann äh schreibt mir das gerne mal ich weiß nämlich nicht wie das geht aber ich bin bereit das zu machen ich bin bereit mich in den Dienst zu stellen und ähm so ein Stahlhelm als Symbol wäre Krieg allen Kriegs du kannst allen Kriegsführenden deine Hilfe anbieten ok das heißt wir sehen doch hier äh wer gewinnt denn hier gerade Müsar oder ich möchte bitte dass die ich möchte mich den Siegern anschließen 11.058 12.000 die belagern diese Stadt ich muss mich auf jeden Fall den Siegern anbiedern warte mal die haben dasselbe Wappen ok ich glaube die gewinnen ist das deren Wappen? ja ne? der hier der ist der Kriegführende Oberschlesien sehr viele Ansprüche jetzt könnte ich dem sagen militärischen Beistand anbieten anbieten sich im Austausch für Gold dem Krieg eines Herrschers anzuschließen ja das können wir doch jetzt mal machen Befreiungskrieg könnte annehmen 56% ja mache ich jetzt und woran sehe ich jetzt ob das geklappt hat ey woran sehe ich ob das geklappt hat da stand keine Auflösung da aaaaahhhhhhhhhh selber schuld dann biedere ich mich eben deinen Feinden an was hältst du denn davon was hältst du denn davon ich wieder mich den feinden an von posen haha wie sind wie ist in seiner situation 5000 gewiss der welt wer wird gewinnen ich muss ich will nicht bei den verlierern sein scheiße ok er wird ganz klar gewinnen ich kann ja nicht mich den verlierern jetzt anbietern mit meinen 200 leuten weil der typ hat auch wahrscheinlich irgendwelche verbündeten heute hier 11.000 mann das sind ja viel mehr als er eigentlich hat wo sehe ich denn seine lehnsherr ach guck mal der könig der muss ihm dann noch helfen und was ist sein lehnsherr auch der könig also ist ihm das scheiß egal warte mal ganz kurz herzogtum von oberschlesien verteidiger königreich von polen ok warte der 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 ist der angegriffene 7000 ok so so geht das viel besser gerne ok dass der will mich nicht und der andere ist zu schwach das geht nicht muss mir einen anderen konflikt suchen das geht doch nicht oder da würden wir doch wirklich verlieren verlagerungs 18 tage ich schau auf den kriegsstand ja ok aber wo genau sehe ich den kriegsstand es ist nicht diese information hier dem schild das mit dem 1% ich dachte ehrlich gesagt dass das hier so der fortschritt der belagerung zumindest ist ich wüsste nicht wo ich das sonst sehe je ne sais pas klicke auf den charakter unter diplomatie das hier meinst du oder meinst du hier bei kriegsführendem charakter das schild mit der prozentangabe das ist ja offensichtlich nicht so einfach was ich hier gerade mache bei der kriegsführenden partei also das ist ja egal welche sind ja beide oder hier glaube war genau das fenster ich hatte es eben offen echt ich war richtig okay ich war richtig zack 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 so und jetzt grün ist ein prozent was ach hier kriegspunkte ein prozent gewonnen schlachten ein prozent okay was heißt ein also ein prozent er gerade angefangen erst wahrscheinlich das sagt ja nichts also das scheint mir doch aha jetzt sehen wir es sehr gut das kann man nicht wissen wenn man es nicht weiß oder das kann man nicht wissen wenn man es nicht weiß also der angreifer der blaue ist auf jeden fall massiv in der überzahl er hat nicht deutlich mehr truppen aber er hat mehr truppen ja und es scheint mir so warte mal er ist der blaue er ist der rote das ist ja voll verwirrend wegen warte mal ganz kurz der johnny boy kommt aus diesem bereich hier Herzog Jaroslav und er hat hier die ganze okay ich habe das falsch interpretiert man sollte ja sein er denken rot und blau haha rot und blau aber so ist es gar nicht doch so die könige aus polen und dann gegen die rebellen also wisst ihr was wir sind verwiegen und wir würden uns jetzt einfach mal den verteidiger was sollen wir sonst mit unserem leben anstellen wenn der angreifer uns nicht will dann vielleicht der verteidiger ich frage ihn jetzt willst du mich haben das hier ach will mich nicht haben der will mich halt einfach überhaupt nicht haben warum bist du doof der hat gar kein geld nur weil ich zwei jahre alt bin oder was ist der doof ja dann ziehen wir halt weiter dann lass mich doch dann gehe ich jetzt hier hin ich werde wahrscheinlich nichts erreichen aber ich ziehe jetzt nach süden wir müssen ja eh irgendwie vorankommen ich ziehe nach süden und auf geht's mal schauen was uns passiert auf dem weg wir entfernen uns von dem krieg indem uns niemand will guck mal hier wieder sind neue Truppen unterwegs machen was machen die denn die schließen sich dem Konflikt an oder was wir reisen oh alter Schwede das ist ja 14.000 was ist denn das für eine Truppenbewegung rein ins Gasthaus raus aus dem Gasthaus als wir uns die Straße entlang schleppen kommt ein Gebäude in Sicht auf dem verwitterten Schild daran steht zur gefleckten Königin Gasthaus hier habt ihr heute Abend kein Glück wir haben kaum genügend Platz für unsere derzeitigen Gäste geschweige denn für irgendwelche Neuankömmlinge die Gastwirtin drin schüttelt abweisend den Kopf und das gilt besonders für so zwiedichtiges Volk wie euch Ansuil da sind einfach tausende Soldaten unterwegs auf dieser Straße so ich brauche dringend eine Unterkunft ja 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 wir können auch wir können sie auch töten ähm feilschen nö ich mach das und schon wieder verloren aber so ist es ey äh Pause okay es hat schon ja nicht geklappt Ansuil ist ein würfelnd würfelnd in den Untergrund das ist sein Motto was ist hier das gleiche Konflikt den wir hier sehen welcher dieser Konflikte ist es denn jetzt der hier ausgefochten wird gegen wen kämpft der denn da? Schlacht von Baas wer ist denn wer kämpft denn da? wer kämpft denn da? uch Schatzkammerraub hm 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 ja das müssen wir einfach mal versuchen ne ne wir sind erstmal hier das versuchen wir jetzt achso da sollen wir Leute ja machen wir äh Vertrag annehmen ähm wir reisen ungeteilt ne ist mir egal wir reisen immer ungeteilt let's go wir reisen ungeteilt wir reisen ungeteilt was passiert hier eigentlich gar nichts so aaaaah Anzuil da ist einfach nichts passiert Anzuil da ist nichts passiert hier wird wieder gekämpft einfach wir reisen weiter wir reisen als nächstes da jetzt hin da können wir nichts mit machen hier wir haben einfach nicht das Skillset dafür das ist das einzige wir reisen jetzt da wieder hin wir müssen auch übrigens mal Nahrung gewinnen warte mal können wir wir können doch hier erstmal auch können wir nicht hier irgendwo so Nahrung 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 suchen wie waren das jetzt da Nahrung Vorräte ja ja wir können ja genau schick die Sammler los aber ich brauche ich brauche einen Meister Furia ich habe oh Mist 50% dass wir Essen finden 24% dass wir Essen finden ne wir müssen das machen ach schon wieder nicht Anzuil du hast einen Würfel Pech das ist ja unglaublich also wir verdienen kein Geld die Nahrung neigt sich dem Ende du bist bislang nicht besonders kompetent muss ich sagen nicht besonders kompetent kann ich unterwegs Essen sammeln ne ne dann let's go 573 kostet das wie ich das Abenteuer bisher finde das ist lustig es macht schon Spaß jetzt auf jeden Fall Fun oh Fun was warum wie es gibt so viel zu sehen und zu riechen und zu berühren woher komme ich warum ist der Himmel blau was liegt hinter diesem Hügel da bitte bitte ich will losziehen und es herausfinden was er ist drei Jahre alt ja jetzt super gut wir werden neugierig das ist ja klasse Diplomatie 1 Bildung 1 Phasenlänge Spracherwerb ja guck mal er ist so klug so ein kluger kleiner Wicht trotzdem müssen wir uns alsbald um was zu essen kümmern oh hier wird gekämpft so das ist eine riesige Schlacht warte mal die sind neu so warum kann ich da nicht anklicken da Belagerung von Güll das sind die Angreifer die zu weit entfernt ich will direkt nebenan Alanien was ist das überhaupt für ein was ist das ich möchte bitte hier helfen 14.000 gegen ich will dem hier zur Seite stehen und oh der ist sogar eingekerkert schon ach ne das das ist das geht nicht wir werden jetzt hier diesen Auftrag annehmen ich brauche das ich brauche das Kampfgeschick Komplott ja das müssen wir jetzt machen ne so wir komplottieren ähh und Agenten automatisch ausfüllen ja hallo habe ich keine Agenten mehr oder was was soll das denn hier hallo automatisch bitte ja das ist dann fast egal das ist nur wie lange das dauert wir haben ja die Zeit wir haben ja die Zeit wir sind so jung wir müssen eh so warum hat er das nicht automatisch aus ach wegen weil ich auf Pause war vielleicht ja das kann sehr gut sein so 94 prozentige Chance dauert natürlich jetzt eine Weile aber wir haben ja wie gesagt sowieso nichts zu tun außer zu warten bis wir so ein gewisses Alter erreichen dass wir überhaupt was machen können in dieser Welt huch unvertraute Ration die Kultur in äh die Kultur in ein Estegom ist mir nicht vertraut und einige ihrer Geplogenheiten wirken auf mich recht fremdartig dies erweist sich als besonders zutreffend als Setzschock unser Koch für diesen Abend mich zu sich ruft um einen Blick in den Kessel zu werfen das ist ein Rezept von hier erklärt er angeblich echt ungarisch das hat mir ein vorbeiziehender Händler versichert ich beäuge den Kessel Inhalt misstrauisch ist das Dax als Eintopf mit Rüben so geht doch klar Dax oh ja 400 Vorräte das brauchen wir jetzt warum sollte ich denn das ne natürlich machen wir das das ist doch fantastisch ein bisschen Suppe oh nein die Existenz meines Komplottes gegen den Bürger nachstellen von ah ist aufgeflogen oh no wir sind ein voll völliger Loser Ansuil du Unglückskind oh er ist aufgeflogen verflucht seinen Füß Bischof Lukas und seinen Ratsspitzel überfall in einer dunklen Gasse Tiva da da die Arbeit für diesen Amt fast erledigt ist überlegen meine Agenden und nicht ob wir nicht etwas früher nach Hause gehen sollten doch die Ankunft eines vielversprechend aussehenden Ziels könnte klärt sich diese Frage jedoch rasch da ist doch Tiva da ein Höfling von Fürst Bischof Lukas unwissentlich umzingelt von dir Oberer von Krakau das ist mir doch ich die Schatten bewegen sich unauffällig vermummte Gestalten unter meinem Kommando und machen sich bereit auf mein Zeichen loszustürmen so was kann hier passieren 50 prozentige Chance dass wir ihn einschüchtern ja 39% ne 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 oh Christina seht was ihr tun könnt Christina es ja wir haben sie einfach gerufen und lassen sie die Arbeit machen er hat zwar ein Gräuel gegen mich aber ist mir doch scheißegal ja das das ist doch besser wozu haben wir die dabei Christina ist krass überfall in einer dunklen Gasse der nächste okay wir überfallen jetzt einfach alle machen exakt das gleiche nochmal wir überfallen einfach alle alle die es hier gibt okay in dem Fall muss Zeshni das machen das ist ja fantastisch wie viele Leute sind denn da 50% 99% Christina Nandor Nandor ist aufgeflogen ach Nandor Miste da ist schon wieder ein verloren tja warten sie wir lassen mal kurz gucken wie es aussieht 50% 69% ist derzeit kann ich noch jemand anderen einsetzen oh ja guck mal aber bringt mir das überhaupt noch ja 18 so geht doch hat die Chance schlagartig erhöht 3 von 5 Breschen das ist nicht gut das ist nicht gut wir müssen aufpassen wenn wir die vierte Bresche erreichen sollten wir vielleicht durchziehen also Breschen sind quasi wenn das was gerade passiert ist wenn meine Agenten auffliegen dann ist eine Bresche geschlagen wenn ich 5 Breschen habe wie beim Basketball 5 Fouls muss man das Feld verlassen ist der komplett aufgeflogen das heißt sobald ich 4 habe sollte ich die Chance liegt jetzt bei 50% mein Glück versuchen ich glaube wir können mal wieder die Wahrscheinlichkeit also die Geschwindigkeit hoch stellen sieht gut aus ja pass auf jetzt die nehmen wir noch mit und dann sind wir bei 87% und dann müsste selbst Ansuhe mit seinem Würfel Pech so warte jetzt ausführen 92% 92%ige Erfolgschance Erfolg endlich 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 haben wir es geschafft wir bekommen ein bisschen Vorräte 111 Geld ja Dankeschön das heißt dem ne war der das wir können doch jetzt direkt ein Gefallen einfordern oder nicht wir haben doch jetzt nö einfach überhaupt nicht dachte ich könnte jetzt ein Gefallen einfordern geht aber nicht mhm ach was Anzuheil geht jetzt oder was unfassbar aber in der Tat ist das ein guter Zeitpunkt wenn Anzuheil unser Thronfolger uns hier verlässt dann was heißt Thronfolger er ist ja schon Anführer der ganzen Kohorte dann können wir an dieser Stelle auch mal eine Pause machen das war die zweite Folge Crusader Kings 3 es macht einfach echt Spaß es ist einfach so ein gutes Spiel es passieren ständig lustige Sachen und man lernt immer ein bisschen was dazu sehr komplex sehr erschlagend wenn man das noch nie gespielt hat muss man sich ein bisschen Zeit nehmen aber es lohnt sich mittlerweile gibt es viele Spiele die diesen Stil haben mit diesen Random Events und so da gibt es schon echt viele die sich inspirieren lassen dadurch aber es ist halt immer noch das Original ne wann geht es weiter wir werden sehen ich guck mal wir sollten uns nicht so viel Zeit nehmen so Zeit lassen das war es von mir schickt mir gerne Tipps und Tricks nehme ich alle gerne an ich will das Spiel ja lernen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Heil Anzuheil